Oh nein, die Produktion läuft nicht. Ich zeige euch heute, wie man so eine Maschine flickt und noch vieles mehr. Es gibt einem Polymechaniker die zwei Ausbildungsrichtungen. Unterhalt- und Produktionsmechaniker. Wenn man bei Läufe in der Fabrik und funktionierende Maschine angewiesen ist, werden wir hier die Fachrichtung unterhalten. Das heisst, ich stelle Wegstücke für Maschinen, die in der Produktion eingesetzt werden, und bestehende Maschinen in Betrieb instand halten und reparieren. Die Arbeit hier ist sehr abwechslungsreich, was mir sehr gut gefällt. Im ersten und zweiten Lehrjahr lernen wir Bohren, Fielen, Freisen und Drehen. Die Grundausbildung schliessen wir mit einer Teilprüfung ab. Im dritten Lehrjahr lernt man das Zeichnen auf die 10C-Maschine. Im letzten Lehrjahr ist man im Unterhalt im Betrieb tätig. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass man bei Läufe alle Schweissverfahren, Pneumatik und Hydraulik lehrt. Was mir an der Lehre bei Läufe besonders gefällt, ist, dass man selbstständig arbeiten kann und sich die Zeit selbst einteilen kann. Wenn die Zeit zuhört und für die Ausbildung lehrreich ist, kann man auch an eigenen Projekten arbeiten. Das war ein Einblick in meine Berufe. Wenn es dir gefallen hat, bewege dich doch bei uns. Wir freuen uns auf dich!